Hi ihr Lieben, diesmal geht es um ein kleiner Kinderwecker, wo die Kinder das aufstehen und das inschlafen vor allem erleichtern sollen. An dem Wecker ist Wegfunktion, Datum, anzeigen, wie viel Grad im Raum ist, Tag, Monat, Jahr anzeigen. Ich weiß nicht, ob man es so erkennen kann, dürfte gleich ein bisschen schwierig sein, weil der Grund ein bisschen sehr dunkel ist. Und was an dem Wecker halt auch schön ist, er macht Musik und macht so verschiedene Töne, dass das Ganze halt für die Kinder schön sein soll und tut auch im selben Moment noch Sterne an den Himmel zaubern, also an die Decke zaubern. Chiara drückt das Ganze jetzt einmal an, dass man hören kann, was für Funktionen der Wecker hat, also was für Töne. Tschöner Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020